Unfreiwilliger Urinverlust beim Niesen, beim Husten, beim Joggen gehen, im Alltag, beim Treppenlaufen. Das Ganze wird auch Harninkontinenz genannt und trifft viele Frauen aller Altersstufen. Woran das genau liegt, was man dagegen tun kann, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Mein Name ist Dr. Medcon-Sendin Wagner, ich bin Frauenarzt und mit diesem Kanal möchte ich die Frauengesundheit wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Es wurde in den letzten Jahrzehnten vergessen und einfach ignoriert und deswegen sind viele Themen tabuisiert. Ihr helft, das zu enttabuisieren und helft mir, euch zu helfen, indem ihr ein Abo dalasst. Das ist ein Klick für euch oder natürlich kommentiert, liked und die Videos teilt. Da du dieses Video schaust, wird es dir wahrscheinlich so gehen oder du kennst vielleicht jemanden, dem es so geht. Der ungewollte Urinverlust ist natürlich extrem lebenseinschränkend. Gerade auch, wenn man noch sehr jung ist, sagen wir mal 30 plus und man hat jetzt schon das Gefühl, man ist 90 plus, weil man bei jeder Bewegung, die nicht bedacht ist, sofort Urin verliert. Vielen Frauen geht es nach der Geburt so, aber auch im Laufe des Lebens kann sich so eine Harninkontinenz entwickeln. Die große Frage ist natürlich, stehe ich alleine mit diesem Problem da? Und du hörst es schon raus, klassische Suggestivfrage. Nein, keineswegs, auch wenn das Thema in der Gesellschaft immer noch ein großes Tabuthema ist, was es aber nicht sein sollte. Deswegen auch hier ganz wichtig, dieses Video, dass du merkst, es geht unglaublich vielen Frauen so. Die International Continent Society, die definiert die Harninkontinenz als jeglichen ungewollten Urinverlust. Es gibt aber ein paar Differenzierungen bei der Harninkontinenz. Es gibt die sogenannte Belastungsinkontinenz, früher auch Stressinkontinenz genannt. Und sie ist mit ca. 50% der Harninkontinenzen auch die häufigste Form. Und hierunter versteht man einen ungewollten Urinverlust bei Belastung. Darunter zählen z.B. Sport, Joggen etc., aber auch Treppenlaufen, Niesen, Husten oder auch, wenn man etwas anhebt. Also körperliche Belastungen, die dann in der Konsequenz zu einem Urinverlust führen. Das nennt man Belastungsinkontinenz. Davon abzugrenzen ist die sogenannte Dranginkontinenz. Urgency-Inkontinenz wird sie auch genannt. Sie macht ungefähr 15% aus. Und hierunter versteht man einen unglaublichen Harndrang, der sich ganz plötzlich entwickelt und der dann in der Konsequenz auch zum Urinabgang führt. Du hast also das Gefühl, du musst unglaublich trinken jetzt sofort und dann ist es schon zu spät. Wir kennen das auch alle aus dem Alltag. Wenn wir mal wirklich trinken müssen und sind kurz vor der Toilette, dass dann das Gefühl, ich explodiere gleich, immer größer wird. Und dass es dann zum Schluss wirklich ganz knapp ist. Obwohl wir vielleicht 10 Minuten vorher durch die Stadt gelaufen sind und nicht das große Problem hatten, das gut einhalten konnten. So kann man sich eben diese Drangkomponente vorstellen. Und in 30% der Fällen dieser Harningkontinenzen liegt eine Mischharninkontinenz vor. Das ist quasi, wie der Name schon sagt, eine Mischung zwischen der Belastungs- und der Dranginkontinenz. So, dann kommen wir mal zu den Häufigkeiten und woran das Ganze auch liegen kann. Ich habe es eben schon erwähnt, du bist bestimmt nicht die Einzige. Ganz im Gegenteil. Die Prävalenz sagt, dass bis zu 60%, wahrscheinlich sogar die Dunkelziffer noch ein Stückchen höher, also zwei Drittel der Frauen jeglichen Altersstufen, ist betroffen von einer Harningkontinenz. Also ein Krankheitsbild, was unglaublich häufig vorkommt. Und ja, man kann auch in jedem Lebensalter betroffen sein. Junge Frauen sind nicht gefeit vor einer Harningkontinenz. Auch wenn die Harningkontinenzraten natürlich zum Alter hinzunehmen, das liegt, wie wir auch noch gleich lernen werden, am Bindegewebe und an der Muskulatur, die dann im Alter auch an Elastizität nachlassen. Und dann kommen wir langsam mal auch zu Schwangerschaft und Geburt. Jede dritte frischgebackene Mama leidet nach einer Geburt unter einer sogenannten Beckenbodenschwäche. Und jede fünfte Frau leidet sogar unter einer Harningkontinenz, muss man sich mal vorstellen. Und selbst in der Schwangerschaft kann die Harningkontinenz ja auch schon vorkommen. Wie viele Schwangere wahrscheinlich auch schon erlebt haben. Die Prävalenz steigt ja auch vom Schwangerschaftsalter. Während es im ersten Trimester noch so roundabout 10% sind, die Harningkontinent werden, sind es kurz vorm ET fast 40% der Frauen. Und die blöde Nachricht ist, wenn du während der Schwangerschaft schon inkontinent warst, ist das Risiko nach der Geburt dreifach erhöht, dass du es eben auch bleibst oder die Harningkontinenz dann langfristig entwickelst. Und natürlich ist auch diese Inkontinenz abhängig davon, wie du dein Kind bekommen hast, auf welchem Wege. Bei der vaginalen Geburt liegt die Rate an Inkontinenz circa bei 25% und bei einer Sektio, dem sogenannten Kaiserschnitt, liegt die Rate bei 10,8%. Woran liegt das jetzt? Vor allen Dingen werden sich ja viele fragen, okay, Sektio, der Kaiserschnitt, da dachte ich ja, der Beckenboden wird komplett geschont. Da werde ich ja nicht inkontinent und sind dann überrascht, dass man das doch hört, dass auch die Sektio natürlich die Harningkontinenzrate nach oben treibt. Das liegt daran, dass die Schwangerschaft per se natürlich schon ein riesen Impact für so einen Beckenboden ist und auch hier schon Dehnung und auch kleine Mikrotraumen passieren können. Gerade auch, wenn vielleicht im Vorfeld auch schon Wehen waren. Kommt also auch ein bisschen darauf an, was für eine Sektio war es. Eine geplante primäre Sektio oder eben eine Sektio, die im Verlauf des Geburtsvorgangs stattfinden musste und der Muttermund war schon gedehnt. Die Wehen waren schon da. Das macht natürlich auch viel mehr Impact auf den Beckenboden. Und wie ich es in meinem Geburtsvorbereitungskurs erzähle oder auch hier auf YouTube schon oft erzählt habe, der Beckenboden ist einfach sehr komplex. Er besteht nicht nur aus Muskulatur, sondern eben auch aus Bindegewebe und auch Nervenfasern und alles kann eben auch in Mitleidenschaft geraten. Deswegen kann man sich auch vorstellen, dass die Rate bei der vaginalen Geburt natürlich höher ist, weil die Dehnung einfach viel massiver ist. Und nicht nur die Muskulatur wird gedehnt und führt vielleicht auch zu kleinen Muskelfaserrissen, was die Muskulatur im Beckenboden natürlich schwächt, sondern auch das Bindegewebe wird gedehnt und kann auch verletzt werden. Das blöde am Bindegewebe ist wieder, das kann man nicht so gut trainieren wie zum Beispiel die Beckenbodenmuskulatur. Da es sich aber bei diesen Verletzungen ja oft um Mischbilder handelt, nicht nur der Muskel ist verletzt und nicht nur das Bindegewebe ist verletzt, macht es natürlich durchaus Sinn, therapeutisch auch alles abzudecken, kommen wir aber gleich noch zu. Vor allem geht man heutzutage davon aus, dass der Blasenhals, also der Abgang aus der Harnblase, wo ja der Beckenboden großen Einfluss drauf hat, durch eine Schließfunktion eine sogenannte Hypermobilität erhält. Es wird also viel beweglicher und dadurch ist natürlich diese Verschlussfunktion nicht mehr gewährleistet. Und was neueste Studien auch zeigen, was man früher komplett anders formuliert hat, ist, dass eben die Rückbildung dieser Muskulatur und das Aufarbeiten dieser Verletzungen viel länger zu dauern scheint als vorher angenommen. Wo wir wissen, die Gebärmutter, die ist von einem Kilogramm innerhalb von sechs Wochen wieder auf 50 Gramm zusammengeschrumpft und auch Geburtsverletzungen sind innerhalb von vier bis sechs Wochen komplett abgeheilt. So gilt das eben nicht für die Verletzungen im Beckenboden, was das Muskuläre und auch das Bindegewebe angeht. Frauen haben also viel länger als dieses Wochenbett Probleme mit der Regeneration des Beckenbodens. Wichtiger Punkt. Und wenn wir über Bindegewebe und Muskulatur sprechen, müssen wir auch über Nerven sprechen. Der sogenannte Nervus pudendus, der extrem wichtig ist für genau diesen Bereich, der kann eben auch verletzt werden. Und sollte das passieren, ist die Regeneration auch verzögert, denn Nerven brauchen sehr lange, um zu regenerieren. Jetzt habe ich euch unglaublich viel Sorgen bereitet und ihr findet euch vielleicht auch wieder in dem Erzählten. Fragt euch jetzt, okay, alles klar, aber was soll ich tun? Was kann ich jetzt tun? Erste Anlaufstelle ist natürlich die Gyn-Praxis. Deine Frauenärztin, dein Frauenarzt sind die ersten Menschen, die davon erfahren sollten. Und das ist jetzt auch ein großer Appell. Sprecht es an. Es ist, wie anfangs erwähnt, immer noch ein Tabuthema. Und ich habe ja selbst in der Praxis die Erfahrung gemacht und mache sie täglich, dass man den Frauen das teilweise aus der Nase ziehen muss, ob sie der Harninkontinent sind. Auch wenn man untersucht und sieht, der Beckenboden, der ist nicht optimal, es gibt Senkungen, dass man da erst aktiv nachfragen muss, gibt es denn Probleme? Und dann erst ganz zögerlich das Ergebnis kommt, ja, ich habe Probleme beim Niesen und beim Husten und ich kann nicht mehr joggen gehen, ohne dass ich Einlagen trage. Das soll eben nicht sein. Das ist nicht Teil der Lebensqualität und das müsst ihr aktiv auch erzählen. Jetzt weiß ich schon, dass in den Kommentaren kommen wird und das ist auch Realität leider in Deutschland, dass man das bei der Frauenärztin, dem Frauenarzt, angesprochen hat, aber man rennt vor verschlossene Türen. Man kommt irgendwie nicht weiter, es wird abgetan als normal. So soll es eben nicht sein. Und wenn das so ist oder die Frauenärztin, der Frauenarzt sagt, hier ist mein Kompetenzbereich auch einfach am Ende, was ja völlig legitim ist, dann sind sogenannte Beckenbodenzentren enorm wichtig. Diese Zentren sind genau darauf spezialisiert, eine Beckenbodendiagnostik zu machen und eben auch entsprechend therapeutisch dann Pläne zu schmieden. Also die Überweisung zu einem Beckenbodenzentrum solltest du eben nicht weiterkommen bei deiner Günden. Das wäre dann auf jeden Fall der nächste Schritt nach dem Gespräch mit der Frauenärztin. Grundsätzlich gilt bei der Therapie, alle Beckenbodenprobleme sollten zunächst konservativ therapiert werden. Also man schlägt da nicht gleich mit irgendwelchen OPs um oder mit Medikamenten, sondern man guckt sich natürlich erstmal an, wo liegt das Problem. Hier gibt es viele allgemeine Maßnahmen und etwas speziellere Maßnahmen. Zu den allgemeinen Maßnahmen, da kommen die Klassiker hinzu. Natürlich sollte man bei Übergewicht das Gewicht reduzieren, denn Übergewicht ist ein Impact auf den Beckenboden. Und wenn man hier Gewicht vom Beckenboden wegnimmt, kann der sich natürlich besser regenerieren. Und er kommt natürlich so in die physiologische Lage rein, wo er einfach besser funktionieren kann, auch die Muskulatur. Selbes Prinzip haben wir gleich nochmal bei den sogenannten Pessaren. Schwere körperliche Aktivität, schwere körperliche Arbeit, auch das Heben von schweren Dingen. Ich weiß, wenn man mehrfach Mama ist, ist es natürlich schwierig, wenn das fünfjährige Kind auf einen Zugerand kommt und man darf es nicht hochheben oder sollte es nicht hochheben. Vermeiden lässt sich das nicht immer. Aber man kann eben auch eine Schonhaltung einnehmen, beziehungsweise auch dem Kind vielleicht erklären, dass jetzt gerade es nicht angebracht ist, später vielleicht auf der Couch gekuschelt werden kann. Dass man einfach versucht, sich im Alltag ein bisschen diesen Impact auf den Beckenboden wegzunehmen. Und dazu gehört eben auch, dass man die Blase nicht komplett zum Überlaufen bringen sollte. Also regelmäßiges Wasser lassen. Ihr könnt auch gerne euch einen Timer stellen. Machen ganz viele bei der Dranginkontinenz, dass man wirklich nach Zeit aufs Klo geht. Auch wenn man nicht das Gefühl hat, man müsse, um einfach die Blase immer und stetig leer zu halten und auch eben zu trainieren, bevor die Blase wieder eine Dehnung erfährt, wieder Mikrotraumen entstehen und der Impact auf dem Beckenboden sehr groß ist. Gesunde Ernährung, Verzicht Nikotin, Verzicht Koffein, kennen wir alles, habe ich hier hoch und runter schon dekliniert. Natürlich sind das alles schwere Lebensumstellungen, aber wenn man hier und da ein kleines Stellschräubland drehen kann, hat man schon sehr viel für den Beckenboden gemacht. Und dann kommen wir jetzt zu den etwas spezielleren Therapieformen, die so anstehen könnten. Hier ist ein großer Block. Natürlich, auch da habe ich schon viel darüber erzählt, sind die sogenannten Rückbildungskurse beziehungsweise wirklich das Beckenbodentraining, auch wenn ich das Wort manchmal gar nicht so gerne habe, weil es jetzt nicht wie im Fitnessstudio ist, dass man da den Beckenboden komplett durchtrainieren muss. Da geht es auch ganz viel um, wie gehe ich richtig im Alltag mit meinem Beckenboden um. Und hier muss man einfach sagen, hier gibt es ausgebildete Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen, sogenannte Physiopelvika-Therapeuten. Und die sind spezialisiert auf den Beckenboden. Es gibt eine offizielle Liste, die habe ich euch auch schon 10.000 Mal verlinkt. Ich tue es hier auch wieder, wo man gucken kann, ob in der Nähe, wo man wohnt, eben sogenannte Physiopelvikas unterwegs sind. Und das kann ich einfach nur empfehlen. Gibt es bei der Gyn auf Rezept. Und dann kann man da bei der Harninkontinenz auf jeden Fall schon mal einen guten Impact schaffen, dass man da den Beckenboden einmal analysiert und eben auch entsprechend therapiert. Aber ich habe auch schon gesagt, die Muskulatur ist ja nicht nur betroffen. Also wir können noch so viel Muskulatur trainieren und aufarbeiten, wenn das Bindegewebe natürlich auch ein bisschen an Elastizität verloren hat. Wir haben die Hypermobilität des Blasenhalses auch angesprochen. Und hier ist es auch wie bei einem Fuß, den man verstaucht hat, wo man eine Schiene dran pappen muss, damit man einfach wieder die Kontinuität schafft und diese physiologische Ineinanderkettung der Muskelfasern. Also wenn ein Beckenboden durchhängt, durch Verlust von Elastizität, durch die Geburt, dann können wir diesen Muskel natürlich so trainieren in einer nicht physiologischen Stellung. Besser ist es aber, wir heben das Ganze an und so kann der Muskel besser ineinander greifen und die Muskelfasern. Und das Ganze passiert durch sogenannte Pessare. Pessare sind so medizinische Hilfsmittel aus Silikon, kann man sich vaginal einführen und stabilisieren den Beckenboden vaginal. Das heißt, man macht eine kleine Stütze rein und das Ganze kann man eben selbst einsetzen. Manche tragen es am Tag, nehmen es abends zum Schlafen wieder raus. Andere sagen, ich brauche es eigentlich nur beim Joggen oder beim anderen Sport, dass sie das nur während großer Belastung eben tragen und das eben auch bei Bedarf. Shoppingtour durch die Stadt dauert sechs, sieben Stunden. Ich weiß, mein Beckenboden, der gibt irgendwann nach zwei Stunden den Geist auf, also mache ich mir ein Pessare vor dieser Shoppingtour rein. Pessare, super wichtiges Hilfsmittel und auch hier gibt es ganz verschiedene Modelle. Muss man sehr individuell gucken, was passt zu welcher Frau und ist das überhaupt was für die Frau, weil man muss es natürlich vaginal einsetzen, ist nicht für jede Frau etwas. Es gibt auch medikamentöse Therapien, gerade wenn es um eine überaktive Blase geht oder eine Mischinkontinenz oder tatsächlich die Dranginkontinenz. Hier versucht man medikamentös entsprechend eben diese Aktivität herunterzufahren. Ich blende euch hier mal so ein paar Beispiele ein von Medikamenten, die es da gibt. Das ist aber dann auch wirklich nach der konservativen Therapie sehr individuell, um zu schauen, woran liegt es und wie können wir da vielleicht helfen. Was auch sehr wichtig ist, ich kann noch so viel Muskulatur und Bindegewebe stützen und trainieren. Es muss natürlich auch da ein Abtransport und ein Transport von Nährstoffen erfolgen. Die Durchblutung muss eben an Ort und Stelle gut sein. Das ist nicht gewährleistet, wenn man zum Beispiel in den Wechseljahren ist und vor Ort eben einen hormonmangelbedingten Atrophie hat. Und die Durchblutung kann nur gefördert werden, wenn vor Ort genug Östrogen, vor allem das Estriol ist. Und hier haben wir zwei Problemfelder. Erstens sind natürlich Frauen in den Wechseljahren häufiger betroffen von solchen Inkontinenzen. Hier muss man also schauen, brauche ich lokale Östrogenisierung mit Estriol. Habe ich auch schon diverse Videos zu gemacht. Dürft ihr euch gerne hier einmal anschauen. Oder aber in der Stillzeit passiert ja Ähnliches. Man hat auch eine vaginale Atrophie aufgrund der Stillhormone, wenn man dann stillt. Und auch hier muss man sehr individuell gucken, brauche ich da vielleicht sogar Estriol als lokale Östrogenisierung, um eben hier auch die Durchblutung zu fördern und die Regeneration eben auch ein bisschen zu pushen. Dann gibt es natürlich auch noch operative Varianten. Das würde ich jetzt den Rahmen sprengen, nur mal so ganz kurz gesagt. Natürlich macht man das nicht sechs Wochen nach der Geburt, sondern müssen schon zwölf Monate abgeschlossen sein. Im besten Falle sollte auch die Familienplanung abgeschlossen sein. In Ausnahmefällen und sehr individuell gibt es auch OPs quasi, obwohl noch Kinderwunsch besteht. Das ist aber wie gesagt ein sehr spezielles Thema. Und da gibt es verschiedene Varianten, ob es ein Bändchen unter die Harnröhre ist, ob es ein Netz ist, was früher sehr oft gemacht würde, ob vielleicht auch eine Senkung da ist. Und da muss man die ganze Gebärmutter eben anheben durch ein Bandapparat. Ob es eine Gebärmutterentfernung ist. Da gibt es also wirklich zig Varianten. Da müsst ihr euch im Beckenbodenzentrum natürlich sehr individuell beraten lassen. Nur, dass ihr mal gehört habt, es gibt natürlich auch operative Verfahren. Die sind quasi aber die letzte Stufe der Therapiekaskade. Wenn du vorhin aufgeheucht hast, was genau passiert denn bei der Geburt mit meinem Beckenboden? Wie wird der denn genau da zerstört? Dann darfst du dir gerne das Video einmal anschauen. Oder wenn dich interessiert, Genitalsenkungen, Senkungen von Blase, Darm oder auch Gebärmutter, darfst du dir gerne das Video einmal anschauen. Das sind sicherlich auch nochmal interessante Videos, wenn es um diese ganze Thematik geht. Sonst würde ich mich natürlich sehr über deinen Kommentar freuen. Erzähl mal, hast du Probleme im Beckenboden? Wie war die Anlaufstelle in der Frauenarztpraxis? Bist du da weitergekommen oder nicht? Und was hast du letztendlich getan, was dir geholfen hat?